Wer Dinge in 3D drucken will, kann die Vorlagen selbst konstruieren oder reale Vorbilder mit 3D-Scannern erfassen. Auf der Messe Euromold kann man 3D-Scanner ausprobieren, die mit verschiedenen Techniken arbeiten. Der Digitizer von MakerBot Industries benutzt das sogenannte Lichtschnittverfahren. Zwei Laser projizieren schräg von der Seite Linien auf das Zielobjekt auf einem Drehteller. Eine mittig angebrachte Kamera nimmt die von der Oberfläche verformte Linie auf. Der Computer berechnet nach der, hier im Zeitraffer gezeigten, kompletten Rotation daraus die 3D-Form. Der Scanner von David arbeitet mit einer Sequenz von Lichtmustern, die nacheinander auf das unbewegte Objekt projiziert werden. Die verschiebbare Kamera und der Projektor sind auf einer Schiene angebracht und ihre Konstellation wird kalibriert. Nach erfassen der Form über Streifenmuster und Aufnahme der Farbe im einzelnen getrennten Kanälen erscheint der 3D-Scan auf dem Bildschirm, wahlweise mit farbiger Textur oder als reine Form. 3D Systems hat seinen Cube-3D-Druckern für Einsteiger noch einen Handscanner namens Sense zur Seite gestellt. Die Sensor-Anordnung im handlichen Gehäuse erinnert an eine Kinect-Tiefenkamera, bei der ein infrarotes Lichtmuster zur Formerkennung auf das Zielobjekt projiziert wird. Zusätzlich erfasst eine normale Kamera die Farbe der Oberfläche. Die Luxemburger Firma Artec spielt mit Geräten wie dem Handscanner namens Eva in puncto Genauigkeit, aber auch beim Preis in einer anderen Liga. Der Scanner mit eingebautem Blitzlicht für die kontrollierte Ausleuchtung beim Erfassen von Farben kostet deutlich über 10.000 Euro. Die passende Software der Firma fügt die bis zu 16 Einzelaufnahmen pro Sekunde in Echtzeit zu einem kohärenten 3D-Modell zusammen.